Guckt euch die Best-of-Clips an. Die aktuellsten YouTube-Best-of-Videos anzugucken, die sind sehr lustig. Wirklich, wer die nicht angeguckt hat, der ist schon auch ein bisschen, sag ich mal, ohne jetzt, also vorsichtig, sag ich mal. Okay, wir werden danach ein Uninstall-Speedrun machen. Ich hab mir das jetzt gerade überlegt, während ich in den letzten Minuten nicht mehr geredet habe. Uninstall-Speedrun wird es ab jetzt immer geben, wenn ich irgendwas kacke finde. Ich mach gleich zwei Splits, nämlich einmal hier rausziehen. Nee, SD-Karte einlegen ist ein Split. Deinstallieren und die deinstallierte Cartridge einlegen, also drei Splits. Delete Percent. Machen wir bei jedem Hack, der kacke ist. Und da kann ich dann auch PBs aufstellen, natürlich, ne? What? Na klar, mit 14. Richtige Frauen. Wo kam dieses Klopfen her? What? Hä, was? 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 Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? What? Oh, der Große schon. Lol. Warum kriegt man denn so schnell die Schlüssel? Ich bin gerade echt verwirrt. Wo haben sie die Dungeons zum... Oh! Rocket Beans! Da sind wir! Oh, wie kann man so schön sein? What? Halt fest, Junge! Hat der Telekinetische Kräfte? Habe ich mit meiner Plauze oder meinen Fingern oder mit meinem Schuh, habe ich den Stein berührt? Junge, da ist noch so viel Platz und das Ding kloppt er schon mit Mach 3 in die Wand rein. Junge, ich habe das nicht berührt. Es ist einfach so behämmert. Und dann die Power Rangers Musik. Als wäre man jetzt hier so ein krasser Held, der den Central Park rettet. Und dabei ist man einfach nur so ein schwimmender Köttel. What? Also, die Mucke ist perfekt. Es ist Power Ranger. Aber die Power Rangers schwimmen nicht durch einen See. Die hauen in die Schnauze und beeilen sich und sind schnell unterwegs und hüpfen über die Häuser. Und geben diesen Fußsoldaten... Wie hießen sie denn? Einfach ein paar Sidekicks. Aber die schwimmen nicht durch einen Tümpel hier. Tümpel, Tümpel, Tümpel. Was tun die nicht? Machen die einfach nicht. Schwimmender Köttel. What? Go. Go. Zu viele Ordner auf die... Neu. Neu. Jetzt muss ich natürlich Glück haben. Ist ein bisschen RNG, ob die Cartridge geladen wird. What? Und ich dodge wieder, ne? Mann, ich bin so blöd und ein HP Standard. Das ist der Standard-Densen-Move. Immer ist das so. Bei jedem fucking Kackboss. Ich dreh durch. Oh, wieso ist es bei jedem Spiel, das ich spiele, ist beim Endboss immer die Situation, dass ich mit einem HP rippe. What? Wo geht der scheiß Drecksstein denn hin? Woher kann ich denn wissen, dass der einfach in der Wand stecken bleibt? What? Ich glaube, du kannst nicht ausatmen und singen gleichzeitig. Nase ausatmen und reden gleichzeitig geht nicht, oder? Hallo? Ne, geht nicht. Versucht es. Und ich wüsste gerne, wie viele jetzt von 810 Zuschauern das versucht haben. Ich will es wissen. Ich bin 100% jeder. Weil das konnte man so easy ausprobieren. Man musste jetzt nichts vorbereiten oder so. Jeder hat es versucht. Diebstahl fehlgeschlagen übrigens. Ich habe es geschafft. Ja, das ist aber wahrscheinlich nicht sauber ausgegangen, das Ganze. Zuschauer, das ist ein bisschen Trick. What? Perfectly cut screams. Densen 86 Edition. Feuer frei. Come on, come on, come on. Ja, wie soll ich jetzt da durch? Hey, easy. Miomas KJ. Danke für deinen Prime-Sub. Easy. Oh, what? Junge, komm raus aus deiner Pipe. Boah, da wird man ja richtig aggressiv. Was ist das für eine scheiß Pipe? What? Ja, GG, würde ich auch sagen. Junge, Junge, Junge. Bye, have a great day. Bin ich jetzt gestorben? Warte mal, bin ich jetzt gestorben? Sag mal, wie macht der Zug? Noob, noob. Bestes Game. Und Unterwassermusik ist halt auch immer scheiße. Und Fischmusik ist halt einfach... Was ist das jetzt hier für eine Methode? Oh, komm schon! Die guckt... Mann, Junge! Dieses schäbige Viech! Was ist das hier für eine Methode? What? Schwarzlingen? Bin ich doof? Ist das Troll? What? Wenn jetzt das Ding explodiert, dann gibt es heute keinen Link to the Past. Wenn der Sound geil ist, gibt es Link to the Past. Sieht schon mal gut aus. Ja, das ist schon mal MSU Sound. Oh, hört euch das an, die Qualität. Alter, das ist CD. Oh, die Mucke! Wir hören nichts. Wir hören nichts. Man hört nichts. Wieso hört ihr nichts? Wie könnt ihr denn nichts hören? Warum hört ihr nichts? What?